Yo Leute und Willkommen zu einer Runde Survival Games QSG mit dem Paluffel 12 hiiii wie QSG heißt ihr schon es ihr schon sagt es ist eine kurkige kleine Runde so der Körper ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht das Glucksi hey du läufst weg, ich mag nicht weglaufen da dann voll... ich kann nicht eigener Brust bleiben wo haben wir denn den Verunglücken gegessen? ah hi hi da hinter dir ah ich weiß dass da jemand ist aber ich will Glucksi da ist nämlich der Glucksi Glucksi stirbt, danke oh nein 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 tot ich dachte irgendwie schon ich hatte keine chestplate an ich bin toot rap ach ja Remi ist schon was schönes Remi ist was geiles äh du bist drin noch, hä? ich bin drin ich hab einen schönen Skin ich auch ich hab meinen Sinn seit eineinhalb Jahren aber gut ich bin kein Iron Man Fan mehr ah okay gegen den will ich jetzt nicht kämpfen okay jetzt will ich gegen ihn kämpfen ja okay jetzt kommt auch den T-Span den T-Span den T-Span ich hab ihn kein mitnehmen können der hat so einen derben Finger, alter der auch feuerweise der hat sich auf jeden Fall der hat sich auf jeden Fall Respekt nice nee gar nicht Telekom Tobi würde ich sagen ich freu mich schon auf VARU 4 ich werd alles mögliche raus aber mein Name ist mir eigentlich egal erst mal einen Eidenschmerzer fickt, ne? Drecks abgestaubt hab ein halbes Herz dann bleib ich bei dir und lass den ah bin ich der ah Panda, 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 Panda meins meins immer abstauben, ne? dann hab ich nicht abgestaubt ich hab dich gerettet das ist mein Heldenlohn gib mir mal irgendwas so ne Scheiß, ich wollt eigentlich Geld das ist kein Geld für mich das ist kein Geld für mich mh ja ja hör auf, ich hab viel Herzen also, ne Schuhe für mich ich kann auch nen Bogen für dich lecker lass du das, komm au ich hab einfach nicht dass wir so genau was tun geh hoch noch mal die Asitaktik, dass keiner anderen kriegen auf geht's auf geht's es gibt einfach keine Fest tschüss dann schauen wir die ganzen Huren zu sich so rumtreiben wahrscheinlich schon wieder auf Striche aber gut wir sind im Bett, Alter ich nehm den ganzen Müll mit was? Pfeile neun an der Zahl jetzt kann ich brauch sein ja, so zu sagen nicht ganz klasse sagen Cut Cut gut gut einer lebt noch außer uns den werden wir richtig zerficken können da ist ein Ding ist los und los geht's oh, da ist richtig kackig so, komm 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 hol ihn von der anderen Seite hii oh, wie süß so, jetzt komm nochmal TNT genau pfff das war knapp er hat sowas für keine Chance das ist richtig unfair eigentlich egal so, machen wir's fair wie viele Rüstungsbalken hast du? 7 ich hab 6 äh, hast du? jetzt habe ich zu wenig 6,5 jetzt hab ich das 5,5 ne, doch 6 6,5 6,5 hast du, ja oh, mein Fleisch aber du hast Neisenschwert 10 T, wie viel? gar nix 1 weg hier Pfeile äh, 14 7 ok gib mir mal deine ich meinst dir wenn möglich nicht in den Müll äh, hier hier gibt's 10 er hat 11 ich hab den Gott verschossen, den Pfeil äh hast du was zu essen? brauchst du echt jetzt? ja äh, hier äh, hier danke also, würd ich mal sagen 3, 2, 1 Flasches dran und go wow der Weihnachtstur aim Battlefront du bist du bist zu aim? du bist zu aim? ja toll, ein Pfeil treffig meine Pfeile, meine Pfeile, meine Pfeile alles meins alles meins alles meins ich wollte immer mal so viele Pfeile haben ich hab auch genügend also, ich hätt auch gerne besser denn aim das ist super aim, Digga naja also, dann gehen wir zu dem, was ich hier grad bringe ok, gut, das ist grad mega was ist der Pfeil, mein Pfeil doch nichts und ich hab mich nicht, wenn du die kässliche Zeit krieg den Müll neIN, nicht den Müll neIN, nicht den Müll wenn du mich tot ist, dann musst du den ganzen Müll kriegen, also das muss ja wenn du stirbst, ne? Ich kann mir einen Einschmerkollege. Nicht dein Ernst. Alter, wie er mich einfach macht. Ja gut, das war's von dieser Folge. Bibi! Dann tut man wieder richtig zur Fiktung. Ciao!